Ist jemand hier? Über dir, Jake. Cassie! Die früheren Besitzer haben wohl nie das Laub weggefegt. Komm runter, ich mach das für dich. Cassie, wo ist denn die Leiter? Welche Leiter? Wir heiraten im April. April im Monat ist aber äußerst unberechenbar. So wie du. Ich hasse diese Stadt! So etwas ist noch nie in Mitteln passiert. Du gibst allem etwas Besonderes. Danke, Cassie. Nehmen Sie mich zum Beispiel. Ich bin in Pflegefamilien aufgewachsen und eine eigene Familie fand ich erst in Mitteln. Damals, als ich hierher kam, da hatte ich niemanden, der mich unterstützt hätte. Doch die ganze Stadt wurde plötzlich für mich zur Familie. ich bin in Pflegefamilien aufgewachsen. Ich bin in Pflegefamilien für dich. Untertitelung des ZDF, 2020